Bin zur Stelle! Zähl angeperfeilt! Angeperfeilt! Bin zur Stelle! Wir haben beinahe keine Wangen mehr sein! Wollen wir noch mal runter? Geht's gut. Rücken aus! Ich hab einen Fehler gemacht! Sag da einfach! Ich habe einen Fehler gemacht! Ich bin ja nicht mehr in die Zeitverschraube dabei. Es ist immer das für die Situation. Wir benötigen Steine! Wir brauchen Steine! So. 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 Schneiden muss bei diesen Steinen so ne he 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 äh Fake-Legel Verdammt viel Holz Zu Gold sammeln Goldschiffe Wir benötigen Holz so noch um noch keine Flüchtlinge Prozent ich glaube ich werde irre und mein Rücken zu sehen und ich habe Hunger und ich will endlich auf aber ich will nicht mit dem Aufnahme abbrechen das wäre scheiße richtig scheiße ich glaube es ist jetzt schon stunden Infos Füße stehen von von From und und die die nahrungsvorräte sind sehr knapp so lange noch mal und wir haben keine Nahrung mehr sieben auch viel da fehlt immer noch was jetzt wird nicht mehr es ist so ich sage einfach mal und wie viele Religion haben wir sie blieb jetzt schon wieder am Arsch Schatzkeitsch das Volk Schatzkeitschicht Schatzkeitschicht so zu nehmen die Hälfte Goldteile der Sons EWB langweilig Joachim so gut ja okay die die sind sehr knapp da jetzt haben wir jetzt haben ein zu so in den Socken sie ist so ein mies ja das ist mir mittlerweile m das ist so die benötigen Steine St ein Stein ein St ein das ist nicht nur eine das nicht nur eine Fäcke mir fehlt ein Stein so sie ist im ständigen immer noch einsteigen jetzt nicht mehr so haben eine kleine Kirche darüber werden es nicht nur so Leute wollen sondern auch ich selbst ein bisschen Selbstdesign ja, nein, ja, nein so, sieht eine schöne Kirche aus wir sind kurz davor zu gewinnen yes, yes, verdammte Kacke, ja verdammte Kacke, ja nein, ich will einfach nur, dass du diese scheiß Teile einpackst es sei echt, ey endlich geschafft endlich geschafft so, sieht die Zusatzpunkte gut werden zu bessern nachdem die Bevölkerung dieser Grafschaft gesehen hat, wie ihr die Streitkräfte der Schlange abgewährt habt, ihr habt unterstützt die Gäste euch, das auch mit euch nicht auf die Grafschaft gehört so so das sieht doch schon mal recht erfolgreich aus jetzt sind wir den Süden nach Bayern jo ja, das war's für heute ja, das war's für heute so